So Leute, da bin ich wieder für das super epische Finale von Let's Play Super Mario Brothers. Und wir sind hier direkt vor Bowser. Wir sind klein und ich hab die Sprungtaste verfehlt. Gut, äh... So, jetzt hab ich erstmal ne freie Umgebung. Und ich hüpfe ihm erstmal voll in den Chat. Ich brauch eben die richtige Stimmung von dem Bosskampf. Boah, ich hatte irgendeine Haar auf der Hand. Äh... Habt ihr gesehen, wie episch ich dem ausgewichen bin? Schön, dass das letzte Video irgendwie nur ein Müller und da ist Peach. Peach, ich hab nichts gesagt. Wo kam dieser Pilz jetzt her? Ja, jetzt freut sie sich, hier schon zu sehen. Knutschen erstmal wieder ab. Wir haben Drogen genommen. Danke Mario. Das Königreich ist sicher. Nun versuch ein Spiegel-Quest. Äh, ne. Aber wisst ihr was Leute, wenn ich grad mal Zeit hab? Warum eigentlich nicht? Ich mein, ich hab nichts besseres zu tun. Also spiel mir dieses Spiel im Sternen-Modus. Okay, ich merke schon, da hat sich was verändert. Einmal schauen, wie weit ich im Sternen-Modus komme. Warum sind das jetzt keine Goombas mehr, sondern... Nee, äh... Nicht so nett. Hier, gib mir mal ein... Dance! B-b-b-b-b-b-bounce! Wow! 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 Egal Leute, ich würde sagen sowieso, ich wollte ja noch eine Welt spielen, weil das Video sonst so kurz wäre. Und darum sage ich jetzt... Äh, was wollte ich sagen? Das Level ist zu Ende, das Spiel ist zu Ende, das Spiel ist aus, die Maus geht nach Haus und deswegen sage ich nun, Riato klingt sich heute aus. Bis dann, ciao!